So sieht das Programm aus, wenn du es aufmachst. Die wichtigsten Sachen findest du hier oben. Der rote Startknopf für die Aufnahme, Stopp drücken und die Aufnahme anhören und die wichtigsten Bearbeitungswerkzeuge. Wir arbeiten hier mit unserem Mikrofon, was im Computer schon eingebaut ist. Darum ist das hier so angewählt. Na dann, los! Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Die Stimmausschläge hier, diese blauen, die sind jetzt ein bisschen klein. Na, wo ist denn mein Mikrofon beim Computer? Aha, hier. Nun sieht das schon viel besser aus. Es ist wichtig, dass du weisst, wo dein Mikrofon ist, dass du richtig reinsprechen kannst, um eine gute Tonqualität zu erreichen. Ich stoppe meine Aufnahme, gehe an den Anfang meiner Aufnahme. Ich sehe das hier an diesem grünen Cursor, wo das ich stecke für die Aufnahme und schon ist meine erste Aufnahme fertig.